So Leute, herzlich willkommen über Gang Crips. Eine Freundin von mir hatte eine Wohnung frei. Ich habe die Wohnung gesehen und ich musste dort einsehen. Ich zeige euch mal die Wohnung. Kommt mal rein. Hier ein gutes Sofa, richtig gemütlich, geiler Fernseher. Ich zeige euch mal die Küche. Kommt mal mit. Die Küche ist natürlich ganz wichtig für die Gains. Hier gutes Obst, Datteln, Vollkornreis, Hartfurtflocken, Amaranth, Hirse, gutes Frühstück, gut für die Gains. Hier eine geile Kochplatte. So muss es ausschauen. So lässt sich das Leben über Gang Style. Ich zeige euch mal den Kühlschrank. Komm rein. So schaut ein guter Kühlschrank aus. Pfirsich, Aprikosen, Okra, Tomaten, dann Mangold, Fenchel, Paprika, Aubergine, Zwiebeln. Richtig gut hier. Bäm, Tomaten. Alles am Start. Dann hier noch rote Beete. Hier drüben die gute Milch. Guter Saft, gutes Wasser. So lässt sich das Leben über Gang Style. Dann haben wir hier unseren Esstisch. Bisschen Tee trinken immer. Tee trinken nicht vergessen. So, was gibt es noch zu sehen? Ich zeige euch mal das Schlafzimmer. Kommt mal mit ins Schlafzimmer. Pass mal auf. Dann zeige ich euch jetzt mal das Schlafzimmer. So muss ein Schlafzimmer ausschauen. So muss das ausschauen. Hier, Kleiderschrank. So muss das ausschauen. So muss das ausschauen. Jetzt schau dich mal dieses Badezimmer an. Kommt mal mit. Das ist perfekt, oder? So muss das ausschauen. Die haben halt das Badezimmer in den Turm reingebaut. So schaut's aus. Hier perfekt. Zum draußen essen. Hier schau dich mal das Pool an. So muss ein Pool ausschauen. Das ist Übergang Lifestyle. So schaut's aus. Das ist gut. So ist gut. Und die Dachterrasse? Kommt mal mit. Ich zeige euch die Dachterrasse. Auf geht's. Jetzt schau dich das mal an. Hier ist meine Chill-Area. Chill ich immer mit den Jungs von der Übergang. Und den Mädels von der Übergang. Ah, jetzt zeige ich noch was. Kommt mal mit mir am Private Jacuzzi. Private Jacuzzi. Richtig schöne Ligen da drüben. Und jetzt schaut dich mal hier. Schau dich mal um. Das ist geil, oder? Übergang Style. So schaut's aus. Herzlich Willkommen in Übergang Crips. Ich zeige euch mal meine neue Wohnung. Kommt mal hier rein. Da drüben, da, ist meine Kochstelle. Hier ist die Küche. Dann hier so das Gästesofa. Wenn wir Gäste haben, die zu chillen, sind wir mal hier. Da drüben ist das Bett. Ein bisschen Müll ist ein bisschen nicht aufgeräumt. Ich bin leid. Dann da hinten ist mein Klo. Das ist mein Klo. Genau. Und das Dach. Ist auch sehr gut. Das ist mein Klo. Vielen Dank.